In Südlof gibt es da mehrere. Ja klar, Ghettoisierung und so, ne? Duisburg-Marxloh. Alter Hugo, what the fuck? Was ist das bitteschön? Was soll das sein? Definiere bitte diesen Begriff, der sich mir nicht entschließen will. Mit Ä vor allen Dingen. Leute, es ist passiert. Sammy ist schneller als ich. Das schockiert sogar Bautz. Das ist sogar Bautz umgefallen. Was? Was? Das war's. Das ist sogar Bautz. Das ist sogar Bautz. Und die sind eins. Das sind halt die kurzen Kursahl. Das ist auch nicht das, oder? Also mit der Bautz. Das wäre ein Nugier. Und die sind das auch. Samy! No way! No way! Sweet Asian, du kleiner Bastard! Hör auf zum Shiny-Hand! Du hast es nicht drauf! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Du schäbiger Knecht! Steckst du dir sonst wohin? Deinen dummen Kommentar! 104 Encounter! Harald, auch den widme ich dir! Harald, ich freue mich schon auf deinen Kommentar! Ich hoffe, du brauchst 8000 Encounter bei deinem Shiny Flampion oder wie das Champignon-Döns-Ding heißt. Und das Beste ist, ich habe mir offiziell einen Spezi-Kasten von Samy verlegt. Wie Spaß beim Transport! Ja, es stimmt eben! Alter, geil! Aber wisst ihr, was das Beste ist, Leute? Wir sind noch nicht über alle Berge. Es braucht Solarkraft. Ich sage euch jetzt schon, es wird keine Solarkraft haben und dann handen wir weiter mit Samy. Ich call's jetzt schon. Alter, du warst am Anfang so richtig unhyped. Ey, Samy! Ja, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja provoked wurde. Da ist es, Leute. Shiny Glomanda. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass dieses Shiny Glomanda hoffentlich die in dem Blitz hier hat, man. Drück die Draum. Yes! Solarkraft! Yes! Okay, es wird noch besser. Es wird noch besser. Null Attack! Pog! You! Pog Champ! Alright, Leute. Dieses Glomanda ist literally... Ja, geil. Muss ich vorher einfach auch einen Shiny verkacken, damit es gut wird, oder? Ich glaube auch. Oder du brauchst jemanden, den du immer aufziehst mit deinen... mit deinen Shinies. Du brauchst auch einen Harald aus der Community, der immer Auge macht. Alter. Leute. Und ich habe 1400 dafür gebraucht. Ja, ich habe 104 dafür gebraucht. Ich scheine wohl ein guter Shiny Hunter zu sein. Und das Geilste ist, Leute, ich freue mich auf meinen Spezi-Kasten von Sammy. Wird geil. Ich bin zu weak, sorry. Wie, du bist zu weak. Ja, überleg dir mal lieber, wie du das zu mir bekommst. Ja, richtig. Ich bin zu weak. Ich bin immer über uns! Baby Rage! Jetzt wird erst dann dieses schöne Pokémon entwickelt, guys. Und dann kriegt es einen Namen. So. Namensvorschläge kommen gerne. Bitte vermeidet, dass es irgendwie Black XY oder so heißt. Oder irgendetwas mit Dark oder Black. Das wäre lame. Harald? Alter, das scheiß Ding. Harald? Ist der Asian? Ah, das stimmt. Black Asian wäre geil. Nee, warte. Ich wollte auch keinen Black nehmen. Hm. Müssen wir mal gucken. Aber ich bin sehr froh. Ich sollte öfter mit Sammy hunden. Scheint wohl ein Glücksspringer zu sein. Für mich zumindest. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Irgendwann ist die Switch leer. Irgendwann ist die Switch leer. Ah, geil. Ja, wir entwickeln jetzt eben fix das Lumanda und dann kriegen wir es hin. Spezi, Carsten. Alter, ich nenne es Spezi. Jo, ich nenne es Spezi. Alter. Ich nenne es halt echt Spezi. Ich muss es eigentlich Spezi nennen. Oder Paulana wäre geil, oder? Jo, ich nenne es Paulana. Wer wollte nochmal erwähnen wegen Schleichwirkung? Warum? Paulana? Keine Ahnung. Vielleicht jemand, der aus St. Pauli kommt? Ach so. Weiß ich ja nicht. Was willst du eigentlich? Hör mal auf Auge zu machen, Sally. Ich will actually gar nichts. Ich genieße den Abend. Okay, das freut mich. Das ist angenehmer als die letzten 20 Stunden. Das freut mich. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Oh. 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 Shiny Glurak, Leute. Ich mag Glurak an sich halt nicht, weil es overhyped AF ist, aber ich finde das... Ich finde das Shiny sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Ah. Spezi hat aber eine Story, inwiefern. Nehmen wir jetzt jetzt Paulan oder Spezi? Waschen jetzt. Harald. Nein, Harald steht nicht zur Auswahl. Ich schicke Regi ein, um zu gucken, was mit dem nicht stimmt. Okay. Was mit mir nicht stimmt? Also mit mir stimmt einiges nicht. Das ist aber jetzt auch nichts Neues. 26 Jahre alt, schreit wie ein Affe um halb eins erstmal rum, wegen fucking Shiny, du Mann da. Aber ich bin sehr happy, Leute. Solarkraft, also Hidden Ability, Shiny, Self-Hunted, 104 Encounter, YouTube Dislikes, Harald-Kommentar, also was gibt's geileres. Schmeckt. Und wenn ihr auch in die YouTube-Plebs seid, schaut doch in den Twitch-Streams vorbei. Gibt's eigentlich fast daily ab 18 Uhr immer. Manchmal plus minus zwei Stunden. Äh, und ja. Danke. Gern.